Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss ihn gleich mal inspizieren. Im Inneren des Passes, da gibt es sogar was. Hä, ein Ordner? Ein Ordner? Oh, was finden wir hier noch was? Hier gibt es noch einen Anschnallburg. Ich schneide mich schon mal an. Hydraulikölfilter. Ich sogar. Mann, oh Mann! Das ist hier aber was. Mann, oh Mann, aber auch. Was haben wir denn da dazu gepackt? Ich muss diese Folie an. Ich störe. Okay, ich steig erst mal wieder aus, damit ich die Plastikflöhe aufkomme. Das ist ein Faust. Heu, ja, das ist ein Faust. Dann, wir werden die Kamera. Hier ist ein Faust. Dann, wir werden die Kamera aus. Der ist sehr uns verpackt. Der ist ein britischer Skorpion Tank, wie Skorpion. Skorpion bedeutet Skorpion. Das haben sie in ihr gemacht. Ein Knoten an der Kette. Die 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 Kette. Das war's. Hallo und willkommen zu TechSpot. Heute zeige ich euch ein neues Modell, das ich aber auch bald mal fahre. Es ist ein Panzer, der heißt Skorpion. Der Skorpion MK3. Und jetzt führe ich euch mal rundherum. Das ist das Maschinengewehr. Wieder sichern, dass nichts mehr rausgeht. Jetzt stehe ich wieder runter, bevor ich noch unsere ganzen Panzer. Hier haben wir noch einen Scheinwerfer, das wir auch in der Nacht fahren können. Das ist das Rohr zum Abschießen. Und hier haben wir noch einen Zielscheinwerfer. Aber das Schwerste was ist der Kanatwerfer. Ich werde sie nachher mal abfeuern für euch. Hallo ich bin Jack, ich bin jetzt fünf Jahre alt. Und ich fahre jetzt Panzer. Es ist ein bisschen kalt, aber es macht nichts, denn Panzer ist immer warm. Hier sind die Panzermunitiongranaten. Ich werde jetzt eine reinladen. Alle mal in Deckung. Hier ist Gas und Choke. Hier ist Gas und Choke. Pfiff. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020